Hey und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal Zartani. Ja, es ist zweieinhalb Jahre her, seitdem ich das letzte Video hier auf dem Kanal gebracht habe. Also es ist unglaublich, dass ich jetzt nochmal mich hier zurückmelde und ein Video raushaue. Ja, ich feiere mein Comeback sozusagen mit diesem Video. Ihr seht es ja schon im Titel. Ja, ich finde es cool. Ich habe nochmal übelst Bock, es ist viel passiert in diesen zweieinhalb Jahren. Das könnt ihr mir glauben. Und ja, jetzt bin ich wieder hier, habe wieder übelst Motivation, habe einen neuen PC und bin eigentlich wieder voll dabei, ja, was zu planen, Gas zu geben. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal drauf freuen, was da noch so abgehen wird. Ich habe jetzt so geplant, dass ich mir eigentlich keinen richtigen Plan machen werde. Denn in der Vergangenheit war es ja immer so, ich habe mir immer so, so viel vorgenommen. Und irgendwie habe ich es nie richtig umgesetzt bekommen. Das war das große Problem. Ich habe immer gesagt, hey, ich lade jeden Tag ein Video hoch. Und letztlich waren es dann vielleicht drei bis vier Videos in der Woche. Und ja, das lief meistens nicht so gut. Wer mich kennt, wer mich schon länger verfolgt, der weiß das. Und diesmal möchte ich gar nicht solche Versprechen oder sonst irgendwie was machen, sondern ich lade einfach dann was hoch, wenn ich Bock drauf habe. Ja, natürlich wird es wieder Gaming-Videos geben, klar. Aber ich habe auch Bock, mich einfach vor eine Kamera zu setzen und einfach, ja, ich müsste mir da mal überlegen. Aber ich würde schon das ein oder andere Thema gerne mal ansprechen, beziehungsweise vielleicht auch mal auf das ein oder andere Video reagieren. Who knows? Also einfach da drauf, wo ich Bock habe. Ganz klassisch. Und ja, da könnt ihr drauf gespannt sein. Ich bin selbst drauf gespannt, was da abgehen wird. Wenn ihr mehr Gaming sehen wollt, als das, was dann hier auf diesem Kanal kommen wird, empfehle ich euch einfach mal, auf meinem Twitch-Kanal vorbeizuschauen. Ich streame ab und an mal, ja, ein paar Games. Ab und an mal abends, sehr wahrscheinlich. Könnt ihr einfach ein Follow da lassen und ja, dann verpasst ihr eigentlich keinen Stream mehr. Bekommt nämlich da eine Benachrichtigung. Das ist nämlich ganz geil. Ja, ansonsten, es ist viel passiert in der letzten Zeit. Ich glaube, da werde ich sowieso noch in ein paar Videos zu kommen, was jetzt alles Stand der Dinge ist und so weiter. Aber ich wollte mich einmal mit diesem Video hier zurückmelden und dass ihr euch auf weitere Videos gefasst machen könnt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich das so durchziehe. Aber ich glaube, diesmal wird es wirklich was. Ich glaube, diesmal wird es wirklich gut. Gut, was ich aber schon mal sagen kann, ist, ich werde sehr, sehr wahrscheinlich kein Minecraft mehr hier auf dem Kanal bringen. Das heißt, ich werde komplett andere Videos bringen. Und ja, ich habe auch überlegt, ob ich komplett ganz, ganz andere Videos mache. Also, aber da habe ich mich dann doch gegen entschieden, ja, weil das ist dann doch eher Content für einen anderen Kanal. Aber ich werde hier zu aktuellen Themen ein bisschen rumlabern, zu Themen, die mich einfach irgendwie vielleicht auch stören, wo ich einfach drüber reden möchte und vielleicht den einen oder anderen sogar irgendwie, ja, mit meiner Meinung sogar positiv beeinflussen kann. Das wäre natürlich genial. Ja, in diesem Sinne, freut euch auf die nächsten Videos. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wer noch alles am Start ist. Das würde mich ja auch mal interessieren von den ganz alten Zuschauern. Und ja, ich freue mich, dass ich diesen Schritt nochmal gegangen bin. Nach zweieinhalb Jahren, eigentlich unfassbar, nochmal ein YouTube-Video hier zu machen. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Einfach mal vorbeischaut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.